Coca-Cola bringt seinen Weihnachtstruck als NFT auf Vivi. Außerdem, wir schauen uns auf jeden Fall noch mal ganz genau die Bilder an, die wir von DC am Dienstag, also heute um 21 Uhr deutscher Zeit bekommen. Da gehen wir auf das Interview mit Mitch M., dem Product Director von Vivi ein und wir schauen uns auf jeden Fall an, wer ist denn der Mann überhaupt, was hat er für Erfahrungen, was bringt er alles mit und außerdem klären wir die Frage, warum MCP, Merging Accounts und auch Crypto Pay sich mal wieder verzögern, deswegen bleibe auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende mit dabei. Willkommen an World, ich bin es, dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest und ich würde sagen, wir starten heute auf jeden Fall direkt rein ins Video. Wenn dir aber mein Content natürlich gefällt und du auch in Zukunft solche News nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst du definitiv nicht die nächsten Vivi News. Jetzt würde ich aber sagen, let's go up ins Video. Es war schon sehr offensichtlich im letzten M.A., wo David Yu diesen Truck im Hintergrund hatte und ja, jetzt sehen wir ihn tatsächlich auch endlich auf Vivi. Es gab letztes Jahr schon viele Spekulationen, dass wir ihn dort sehen. Jetzt sehen wir ihn aber am Mittwoch um 17 Uhr deutscher Zeit. Insgesamt hier, wie gesagt, diesen Truck, wir können uns den nochmal ganz kurz anschauen. Den gibt es insgesamt mit drei Varianten, also beziehungsweise wahrscheinlich wird er einfach unterschiedlich hier beschriftet sein. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr cooles Collectible. Die Edition Size wird wahrscheinlich auch nicht allzu hoch sein. Ich gehe davon aus, dass wir insgesamt maximal überhaupt 10.000 Editions sehen werden. Aber ich denke mal, für jeden sollte das auf jeden Fall machbar sein, der das haben möchte, hier eins zu bekommen. Ob das Ganze fahrbar ist, wissen wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich könnte es mir aber sehr gut vorstellen, dass es auf jeden Fall in Zukunft hier noch fahrbar gemacht wird oder wir vielleicht sogar eine fahrbare Version mit dabei haben. Schauen wir uns doch jetzt nochmal ganz kurz die DC Collectibles an, die wir nämlich heute um 21 Uhr deutscher Zeit bekommen. Wir bekommen hier drei Limited Editions von DC. Das Ganze wird natürlich im Blindbox Format sein. Das ist einmal das erste Poster, was wir sehen werden. Das Ganze wird auch tatsächlich nur 30 Gems kosten, was ich einen akzeptablen Preis finde. Das Ganze wird auch bei jedem Collectible eine Secret Rear sein und der Edition Type wird hier 978 sein. Außerdem ist es natürlich eine First Edition. Anschließend schauen wir uns das zweite Poster einmal an. Hier natürlich auch wieder eine Secret Rear. Das Ganze auch mit einer Edition Zahl von 973 Collectibles. Und als letztes haben wir dann hier einmal dieses wunderschöne Bild mit einer Edition Zahl von 940 und natürlich auch einer Secret Rear. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und Spaß bei diesem Drop. Ja und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an, ja was war denn hier eigentlich gestern Abend los. Es war nämlich gestern Abend ein Twitter Space mit Mitch M. Mitch ist ein relativ neues Teammitglied in etwa seit einem Monat wirklich geonboardet. Also ist seit einem Monat wirklich aktiv dabei. Bevor ich jetzt euch hier eine kurze Zusammenfassung gebe, was alles in dem Twitter Space los war, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an. Wer ist er denn überhaupt und was hat er für Erfahrungen, die er hier mitbringt? Mitch muss man ganz klar sagen, ist wirklich jemand, der Erfahrung hat und diese auf jeden Fall auch mitbringt. Wir können uns das Ganze ja einmal ganz kurz hier durchlesen, was auch auf seinem LinkedIn-Profil draufsteht. Als Stratege und erfahrene Führungskraft überblicke ich die Lücken zwischen Geschäft, Technologie und Mensch. Und da ist auf jeden Fall er sehr gut am Werk. Meiner Meinung nach bei Vivi hat auch viele Fragen sehr ehrlich beantwortet. Darauf gehen wir aber wie gesagt gleich nochmal ein. Ich hatte eine leitende Führungsposition in Neuseelands größtem Medienunternehmen. Mit zehn Jahren Erfahrung in Innovation, Entwicklung neuer Produkte, Geschäfte und Technologie in dem Bereich Cloud Computing, SaaS, E-Commerce, Mobile, Maschinengesteuerung, Big Data und Werbung. Hat er natürlich hier wirklich ein umfassendes Wissen, was er mitbringt. Und wir können uns das natürlich auch anschauen. Hier momentan ist er natürlich Produktdirector bei Vivi jetzt seit zwei Monaten tatsächlich auch schon. Dann war er hier insgesamt vier Jahre, sieben Monate bei Staff, auch natürlich hier Head of Product. Also man sieht schon, er hat hier auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Erfahrung in dem Bereich bei Fairfax Media. Hier auch Senior Product Manager gewesen. Hier auch ziemlich, ziemlich lange in solchen Positionen gewesen. Und ja, man sieht hier Account Manager hier Digital. Hat ja auch mit dem Digitalen auf jeden Fall Erfahrung. Und ist jetzt sozusagen bei Vivi im Team mit dabei, was mich persönlich sehr freut. Denn man sieht hier auf jeden Fall, er bringt eine Menge Erfahrung und Wissen mit. Ja und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach doch mal an, was waren denn hier für wichtige Fragen, die ihm gestellt wurden und was für wichtige Themen sind denn hier überhaupt aufgekommen. Was glaube ich viele frustrieren wird und wo viele sagen werden, hey Vivi, das kann doch nicht schon wieder sein, ist, dass wir FNCP, Merging Accounts und Crypto Pay-In nicht mehr 2022 sehen, sondern erst wahrscheinlich im Januar 2023. Das hat einfach den Ursprung bzw. hat einfach den Grund, weil es anscheinend sehr, sehr viele Fehler und Bugs gab in der App selbst. Wir haben das ja auch in den letzten Tagen gesehen. Es gab ziemlich viele Probleme bzw. ich habe ziemlich viele Probleme bei vielen anderen Usern und auch bei meiner App selbst gemerkt. Dementsprechend hat Mitch ihr jedenfalls erklärt, dass es einige Sicherheitslücken gab, die jetzt einfach auch den Vorrang hatten und deswegen natürlich eher geschlossen werden mussten bzw. dort einfach Bugs behoben werden mussten, als jetzt zum Beispiel MCP rauszubringen. Meiner Meinung nach auch ganz klare Priorisierungen natürlich an dieser Stelle. Man kann sich jetzt natürlich fragen, wieso sind diese Fehler aufgetreten? Aber das ist auf jeden Fall den Wissensstand, den wir jetzt erstmal so haben. Außerdem ist er generell auf das Thema Fehler und Bugs eingegangen, was auf jeden Fall hier wirklich anscheinend eine große, große Sache ist bei Vivi. Wir haben es zum Beispiel beim AirDrop jetzt letztens gesehen, dass wahrscheinlich dadurch einfach viele Prozesse auch sehr, sehr verlangsamt vorankommen. Einfach weil natürlich Sicherheitsbedenken einen sehr viel größeren Vorrang haben als zum Beispiel irgendein Projekt wie MCP. Außerdem kam dann noch Frank Kozik später on Stage und hat sich sehr deprimiert darüber geäußert, dass natürlich das Leavitt Breeding, was für Ende des Jahres jetzt angekündigt war, nicht gekommen ist. Er selber war wirklich nicht guter Stimmung, das hat man gemerkt, aber Mitch hat ihn auf jeden Fall hier beruhigt und sie werden auf jeden Fall jetzt in eine Diskussion gehen. Aber auf jeden Fall für ihn, der sich gefragt hat, ja wann kommt denn das Leavitt Breeding eigentlich, definitiv nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich dann im nächsten Jahr. Außerdem kam die Frage von Frank Kozik, warum das Ganze für so kleine Künstler wie ihn nicht supportet wird. Und dann hat Mitch gesagt, dass es im Prinzip daran liegt, dass natürlich Programme, die für sehr viele Lizenzgeber da sind, einfach Priorität haben. Zum Beispiel MCP, zum Beispiel UUP, zum Beispiel Merging Accounts. Das hat einfach für viele, viele Lizenzen oder für alle Lizenzen dann wirklich auch einen Einfluss, einen Vorteil. Und natürlich ist es dann schwierig zu sagen, okay man macht jetzt nur für diesen einen Künstler hier ein Leavitt Breeding, dafür müssen auch Zeit und Ressourcen aufgebracht werden. Und das ist natürlich dann vielleicht für die eine oder andere Lizenz nicht so schön zu sehen, okay, da wird einem kleinen Künstler irgendwie so viel Zeit und Aufmerksam geschenkt. Aber ihr eigenes Programm geht zum Beispiel nicht voran, wir wissen ja nicht, was da alles noch hinten dran läuft und was da programmiert wird. Hier auf jeden Fall die Antwort von Mitch, die er uns gegeben hat. Dann kam noch eine Frage zum Jobsystem. Das Jobsystem ist anscheinend auch ganz weit oben auf der Liste von Mitch bzw. auch des Development Teams, was auf jeden Fall hier die Priorität angeht. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier auch im kommenden Jahr definitiv relativ bald dann auch mit dem neuen Jobsystem rechnen, was ich denke viele auf jeden Fall sehr freuen wird, mich inklusive. Was die Transfers angeht, kam außerdem noch eine ganz kurze Frage. Für die Leute, die später in die App gekommen sind, die kennen das gar nicht mehr, aber früher könnte man Gems wie auch Collectibles ganz einfach zu einem anderen Account transferieren. Das wurde im Prinzip mit dem Aufkommen der vielen Bots gesperrt, um hier einfach wirklich die Bots einzuschränken in ihrem Handeln. Da wurde auf jeden Fall jetzt gesagt, dass das Ganze sehr wahrscheinlich über Drittanbieter, wenn überhaupt, laufen wird, um hier einfach mehr Sicherheit zu gewährleisten. Ob man das so toll finden soll, dass das wieder dann über irgendeinen Dritten geht, das ist jetzt erstmal dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall das, was Mitch an dieser Stelle gesagt hat. Aber er hat ja natürlich keinen konkreten Zeitpunkt gesagt, da das Ganze einfach noch relativ unsicher ist, so wie ich das auf jeden Fall verstanden habe. Gründe sind hier außerdem nicht nur tatsächlich die Bots, sondern auch die rechtlichen Grundlagen, die einfach manche Dinge sehr erschweren. Und Neuseeland hat einfach die hattesten Geldwäschegesetze, das muss man einfach immer noch im Hinterkopf haben. Dementsprechend sind hier auch viele, viele Dinge sehr viel komplizierter, sehr viel umstrittener, natürlich auch in Neuseeland. Und das muss natürlich erstmal im Vordergrund geklärt werden durch die Rechtsabteilung. Und wenn das natürlich alles geschehen ist und hier wirklich die Rechtsabteilung ein Go geht, dann geht es auf jeden Fall los. Aber ich denke, wir wissen alle, dass einfach solche Prozesse sehr, sehr lange dauern und dementsprechend Vivi natürlich hier auch ein wenig drunter zu leiden hat. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesen ganz kurzen, wichtigen News, die du auf jeden Fall wissen musst. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.